Wo ist eigentlich der Six? Ich glaub, der ist AFK gegangen. Der die Arme. Heißt, ich spiel jetzt gegen so ne Yumi Lane? Ja. Das ist auch nicht coole Sache. Ich find das so krass, dass der fucking Root von der Zyra durch, äh, durch Minens durchgeht. Aua, die Arme. Hä, ist ja unfair. Ist ja absolut unfair. Ich mein, es war nur ne Yumi, aber hä, die kann sich ja nicht bewegen. Ähm. Oh. Ne, die hat Spaß. Oh, shit, ja. Sie weg. Miau, 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 miau. Das zählt dann immer noch. Ja, miau. Das Ignite zählt immer noch, wenn es wegrennt, dass ich... Oh, Junge. Oh, oh, Yumi. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Bin gegessen. Gott. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, Yumi. Oh, oh. Ey. Hehehe. Ich drück drauf und ich... Wir kecken uns einfach über das scheiß Yumi an. Das ist so gut. Niki war das in den Int. Wollen wir den Diven? Würde ich jetzt nicht so machen. Niki geht jetzt erst mal sterben. Gell, da ist jemand in Level 1. Oh, Six ist da! Six ist da, Six ist da! Oh, shit, Digga. Alter. Lass den bitte Stratemark killen. Wir sind... Wir sind im neuen Level ahead. Ja, aber ich kann den nicht Tower-Diggen, glaub ich. Doch, doch. Der ist Level 1. Er hat gar nix. Der arme, Alter. Der steht da raus, Digga. Oh, was den geiler! Was den geiler, ey! Äh! Nice. Digga, ich hab ihn so geil... Oh nein. Du wirst zu schlafen gehen jetzt, oder? Oh, ne, stark. Aber doch. Äh! Ey, Niki kann es sein. Ich versuch's! Ah! Fick dich, Yumi! Weg mit der! Nein! Ey, die lebt! Der hat immer in der Tower. Ah! Yeah! Holy shit! Ah, den Tab wird's angezeigt, als ich hättest... Hat die Yumi ne Killing-Spring? Wiii! Tja, was hat das denn? Pass, wieso hat die ne Killing-Spring? Junge, der hat 4 Kills! Ich wird 4-6 machen! Ja! Da geht Niki! Ja! Wo hat der eigentlich seine Scheiße hingeworfen, alter? XC, 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 how trash are you? You focus me! Hi, Bruder! Dynamike! Hilf du dich! Das ist so, Benne kommt immer wieder auf die Mitte. Ja, im Moment. Oh, ich bin so viel, dass er toxic ist. You die! Was ist denn für ein Damage? Die fucking Yumi macht mich da frei. Half-Life-Spring mit einer Q-Diff-Chillic. Was spielt die denn? Oh, die spielt Ludens. Ja, ja. Das hilft mir tatsächlich, ja. Ich kann mir Rubberdance holen. Alter, bin ich gut! Hattest du jemand gesehen? Och. Ja. Holy shit. Digga, er fährt ja seinen kompletten Film. Alter, ihr habt einen übelst fetten Teamfight. Bin ich wieder? Sie sieht seinen Urgroßvater und darf ihn jetzt so nicht killen. Komm gleich von hinten. Klar, mit der Schiff da raus. Ist klar, Digga. Guck mal, der Horn, Digga. Ist richtig sauer. Haha. Wache, wache. Ja, die werden den doch so doll machen, oder? Da können wir doch keinen Stich sehen, wenn der... Ja, mach mal einen Streamer. Digga, das war ja so knapp. Digga, was war mit ihm denn? Angeschlägt, doppelgeschlägt. Vigo. Ähm, ich hätte den Drake fast gestealt. Meine Ability habe ich ein bisschen zu früh gemacht. Okay. Ne, es fahrt mich ab, dass der die ganze Zeit so toxic ist, Alter. Iyumi, jah hahaha. Neuink! Jetzt. Easy, 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 easy. Kenn ich auch nix, Digger. Scheiß drauf, Digger. Und EE. Oh mein Gott. Die Stunt nicht. Nicht, ich verbran. Warum? Das ist, wenn ich den S und unter dem Turm trage. Der steht schon unter dem Turm. Ah, da hat er Angst nämlich. Oh, fett gegen die Wand gehe, du Pfeife. Wir müssen exhausten. So, jetzt kann er sich nicht mehr bewegen, die fette Sau. Sag dir, jetzt wird er noch mehr getigert. Kili, bevor er Eier legt. Ja. Schönes Ding. Ich hab den aufgegessen und trage ihn unter dem Turm. Ah, was ist das, Digger? Was ist das für eine Aktion? Okay, ist okay. Habt ihr das gesehen? Das war Kili. Ich sterb da echt dran. Ich sterb da dran, Digger. Ich sterb da dran. Naja, egal, ey. Wir können, wir können... Ich bin ein Ola verstanden. Das ist doch so schoic, ey. Ey, Binne. Hm. Kannst du mir helfen? Du kannst doch alleine farben. Ich geh weniger im Jungle rumtigern. Ich hab mir vergessen... Ich hab mir vergessen, Items zu kaufen. Und hab die Ari gekillt. Nachdem sie zurück auf die Lane TP ist. Ich bin so ein Int. Nein, ich bin tot. Digger, ich hab nicht dran gedacht, dass der mich in seinem Scheiß Oracle Lens drehen kann. Digger, ich darf's nicht placen, Digger. Lass mich doch mein Turret placen, Alter. Oh, wichtig. Du kriegst die Ari auf die Lane jetzt. Oh, meine Scheiß, Freiße, Alter. Allein schon, wie Shaco läuft, macht ihn unbehalte Schwung. Oh, bitte lass mich leben. Mach die weg jetzt. Schön. Ich bin einfach H, bleibt gegen Manions, Mann. Das ist so traurig. Guck, was der Velga macht, Digger, der Idiotensohn. Oh, Gott, Digger. Oh, Gott, Digger, was macht der da? Ich weiß es nicht, Digger. Alter, die Axt wird mich voll erschreckt. Gut. Wäre egal, Digger, jetzt wäre ich so dumm. Ah, Idiot! Komm mal. Der Slate, also die, 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 die. Lässt dich, Niggi, nicht nehmen. Bitte, lass mich. Digger, ich darf mich nicht, ich darf mich nicht bewegen. Ich stehe hier einfach. Ja, okay, let's go. Was hatten die eigentlich vor? Was nennst du da, Digger? Digger, ich bin einmal drum rumgelaufen. What the fuck? Digger, was willst du denn tu jetzt eigentlich hier, du hässes, Digger? Keine, wer killst? Eryn? Holy shit. Hahahaha. Junge, jetzt war overextended mit der Ult, aber die habe ich außerdem gedrückt aus Reflex. Sie sterben halt einfach, Vincent, an uns würden sie nicht sterben, ne? An uns würden sie nicht sterben... Willenskraft! Fanta kill in 20 Sekunden. Ich ulti da rein, wir gehen noch nen Tod holen. Doppel, Jungs, KDA getrettet, KDA getrettet, Jungs, 7-6 mit den letzten beiden Kills, KDA getrettet. Doppel, Jungs, KDA getrettet, Jungs! Hey, ich hab Higgis! Hey! Hey!